Ja, willkommen zurück zu Teil 2 von der Initialkonfiguration von unserem TBS Skypirinia 2. Im letzten Video hatten wir ja die Grundkonfiguration gemacht, da haben wir über die Kalibrierung des Accelerometers gesprochen, die Mixer eingestellt, die Outputs kontrolliert und aktiviert und natürlich auch die Servo-Richtungen entsprechend eingestellt, dass die Bewegungen alle stimmen. Und in dem Video jetzt will ich euch zeigen, wie ihr die Pit-Konfiguration auf einen Initialwert bekommt, mit dem ihr dann euren Maiden machen könnt und auch schon mal die ersten Modes konfigurieren, die wir dann auf jeden Fall brauchen werden, wenn wir den Flieger vollständig tunen wollen. Also dann gehen wir erstmal zur Pit-Konfiguration. Da haben wir ja das Preset von der Mini-Drag ausgewählt, den proportionalen Integralwert, den können wir erstmal so lassen, die sind relativ niedrig, das ist aber für einen Delta-Wing völlig in Ordnung, weil die von Haus aus relativ stabil sind, beziehungsweise sehr große Steuerflächen haben und daher nicht sehr viel Bewegung brauchen zur reinen Stabilisierung. Außerdem hat der TBS Skypirinia einen relativ starken Reflex eingebaut. Ihr könnt übrigens auch auf der Team-Blacksheep-Webseite für den Skypirinia 2 euch so ein Template hier runterladen, wo genau markiert ist, wie weit die Klappen jeweils gehen müssen für den Mixer, wo der Centerpunkt sein sollte. Man sieht auch hier gegenüber von der Flügefläche ist das schon ein relativ starker Reflex hier an der Stelle. Und da hier Elevator oder Adelron, also eine Achse, bewegt, beziehungsweise beide Achsen im Vollausschlag genau den doppelten Wert haben, zeigt sich für mich schon mal ganz klar, hier ist ein 50-50 Mixer auf jeden Fall empfohlen. Und dabei werden wir auch auf jeden Fall an der Stelle bleiben. Ich habe zwar jetzt keinen Drucker, dass ich mir das jetzt nochmal ausdrucken könnte, aber ich weiß, dass der Philipp den Flieger sehr vorsichtig und sehr gewissenhaft aufgebaut hat. Deswegen gehe ich mir stark davon aus, er wird das schon kontrolliert haben. Und mit ein bisschen Erfahrung kann man das auch ganz gut abschätzen, wie weit das dann auch schon passt. So, dann gucken wir mal ganz kurz hier rein. Als erstes brauchen wir auf jeden Fall einen Wechsel zwischen dem Manual-Mode und dem Acro-Modus, weil das Einzige, was wir jetzt auf der Werkbank tunen müssen und können, ist der Feed-Forward-Wert, wenn wir im Acro-Modus starten wollen, beziehungsweise wenn wir den Acro-Modus im Flug auch testen wollen. Dazu gehen wir jetzt hier einfach mal in den Modes-Tab. Hier ist jetzt noch nichts weiter eingestellt. Das Arming lasse ich jetzt auch mal weg, weil ich muss bei mir an der Pfandsteuerung durch das einer Fixed-String-Group Tyranus-Setup oder OpenTX-Setup, muss ich armen, damit ich tatsächlich dann auch die Modes einstellen kann. Und dann wechsle ich mal hier noch zur Webcam, dann seht ihr auch, was die Steuerklappe gleich entsprechend macht. So, dann schauen wir mal gerade, Acro-Modus ist standardmäßig ja immer aktiv, wenn kein anderer Modus läuft. Und wir gucken jetzt mal runter. Ich habe auch in meiner Pfandsteuerung jetzt den Acro-Modus gesetzt mit den ganzen Schalter-Mixern. Dann aktivieren wir jetzt hier den Manual-Mode. Da wollen wir, jetzt gucke ich mal gerade, Manual-Mode müsste dieser hier sein. Und das ist dann, genau, Kanal 5, das ist korrekt. Wie ihr seht, es macht nur einen kleinen Sprung, weil bei mir über drei Schalter und Arming alle Modes und das Arming über einen Kanal laufen. Das heißt, wir machen jetzt hier einen relativ engen Bereich rein. So, das ist jetzt Manual-Mode und dann wollen wir auch da hin. Machen wir ein bisschen kleiner zur Sicherheit, damit wir nachher nichts zu überlappen haben. Und auf die Art und Weise kann ich jetzt zwischen Manual- und Acro-Modus jederzeit hin und her schalten. Das ist jetzt an der Stelle sehr wichtig. Weichern wir mal ab. Ja, Manual-Mode ist aktiv. Perfekt. So, und was ich jetzt mache ist, ich gehe jetzt in den Receiver-Tab, damit ihr auch sehen könnt, welche Kanäle ich jetzt bediene. Schalte mal die Webcam an. So, und jetzt aktuell sind wir im Acro-Modus. Ich ziehe jetzt einfach mal komplett Pitch nach oben und wie ihr seht, der Bewegungsbereich ist relativ klein an der Stelle. So, und wenn ich jetzt aber Pitch halte und in den Manual-Modus schalte, zack, seht ihr, gehen die Klappen nochmal ein kleines Stückchen weiter nach oben. Und das ist ehrlich gesagt an der Stelle schon absolut perfekt. Da würde ich jetzt gar nichts ändern wollen. Das ist einfach, damit der Feed-Forward-Wert, der jetzt im Acro-Modus die Klappenbewegung primär steuert, der gibt einen festen Ausschlag abhängig von der Stick-Position schon mal an. Und wir wollen natürlich den proportionalen und integralen Wert des PIV-Controllers noch ein bisschen Platz lassen, um Korrekturen durchzuführen und die Rates entsprechend nach den Target-Rates zu steuern. So, und deswegen können wir das eigentlich schon mal so lassen. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal auf der Rollachse an. Moment, da gehen wir in die Richtung, das macht sich einfacher. Und hier ist es eigentlich auch schon ziemlich ideal, so etwa 10-15% Ausschlagsdifferenz sollte man hier haben. Da brauchen wir also eigentlich gar nichts weiter einzustellen. Aber um euch das trotzdem kurz zu zeigen, jetzt gehen wir mal schnell in den Pit-Tuning-Tab. Da ist er. Nur damit ihr auch mal den Unterschied nachher seht, sagen wir mal, euer Feed-Forward-Wert ist zu hoch. Wir merken uns jetzt mal die 25, die da jetzt drin steht. Wenn er jetzt zum Beispiel zu hoch ist auf der Rollachse und ich würde jetzt hier umschalten, seht ihr keinen Unterschied mehr. Und wenn er zu niedrig ist, nehmen wir zum Beispiel mal einen Wert von 10 und ich gehe wieder auf die Rollachse, dann seht ihr jetzt schon, haben wir nur noch einen sehr geringen Ausschlag. Und das wäre beispielsweise ein zu niedriger Feed-Forward-Wert. Das heißt, die Default 25%, die 25 Feed-Forward, die jetzt hier drin sind, sind schon ein sehr guter Wert, um zu starten und um auch den Maiden durchzuführen. Das passt also und den P und den I, den lassen wir erstmal komplett unangetastet. Und da schauen wir dann einfach mal, wie sich der Flieger in der Luft entsprechend verhält. So, als nächstes konfigurieren wir jetzt noch die Modes fertig. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das halt relativ einfach funktioniert. Den Arming lassen wir erstmal weg, weil wie schon gesagt, ich muss an meiner Pfandsteuerung den Arming-Schalter auf scharf stellen, damit ich die Modes tatsächlich ändern kann. Und das wäre jetzt hier auf der Werkbank mit Akku dran keine allzu gute Idee, weil wir haben einen vollen GPS-Fix und der würde sich jetzt tatsächlich armen lassen. So, und dann gehen wir jetzt einfach mal durch. Was wollen wir alles haben? Ich habe meine Schalterbelegungen schon alle fertig. Die Kanäle werden entsprechend angesteuert. Jetzt würde ich zum Beispiel den Angle-Modus machen. Meine Modes und Arming alles auf Kanal 5. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal auf den Angle-Modus an der Pfandsteuerung und stelle hier entsprechend den Slider ein. Dann gehe ich in den 3D-Cruise-Modus. Das wäre jetzt der kleine Schalter bei mir nach oben. Und dann schauen wir hier unten, wo haben wir den Cruise? Na, da ist er doch. Da haben wir den Nav-Cruise-Modus. Den stellen wir entsprechend jetzt auf diesen Bereich ein. Dann wollen wir natürlich mit dem Cruise-Modus auch 3D-Cruise haben, mit Altitude-Hold. Das heißt, wir setzen jetzt auf den gleichen Kanal auch entsprechend das Altitude-Hold. Gut, dann haben wir schon mal die drei Kanäle eingestellt. Agro, Angle und 3D-Cruise. So, das nächste, was wir jetzt noch brauchen, ist der Manual-Mode. Den haben wir schon eingerichtet. Der ist hier. Dann haben wir den Waypoint-Mode. Der wäre jetzt an dieser Stelle. Und da haben wir... Suche ich natürlich wieder. Nav-Waypoint, da ist er. Zack. Und wir stellen das so ein. Dann haben wir hier noch den Return-to-Home an dieser Stelle. Das wäre jetzt Nav-Return-to-Home. So. Und dann haben wir noch Position-Hold. Das wäre jetzt Nav-Pos-Hold. Das mal so. Gut. Und schon habe ich alle meine Flug-Modi, die ich benutze, auch konfiguriert. Weitere brauchen wir jetzt an der Stelle erstmal nicht. Nav-Launch lassen wir erstmal weg. Das mache ich dann sowieso immer bei mir als Feature aktiv, wenn ich es dann benutze. Aber braucht man aktuell noch nicht. Ah, genau. Damit wir es nicht vergessen. Ich habe noch einen OSD-Switch. Der liegt... Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich glaube, auf Kanal 7. Genau. Das wäre jetzt mein OSD-Switch. Das heißt, wir haben jetzt hier... Jetzt ist das Default-OSD aktiviert. Und jetzt gehen wir auf den Bereich 1200 bis 1400. Das ist OSD Alt 1. 1400 bis 1600 ist OSD Alt 2. Und 1600 bis 2000. Wir können es ja ein bisschen besser staffeln. So. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben zum Bewegen. Die müssen wir noch ein bisschen länger machen. Und jetzt kann ich hier mit dem Drehporti, wenn ich die alle auf Kanal 7 stelle, zwischen 1, 2, 3 und 4 OSDs durchschalten. Und was wir zum Schluss auch noch brauchen, das ist natürlich noch das ganz Wichtige für das Tuning nachher. Das ist Servo-Auto-Trim. Das müsste Kanal 6 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, ist es nicht. Kanal 8. Kanal 9. Nein. Kanal 10. Okay. Wir speichern mal ganz kurz ab. Und dann schauen wir, welcher Kanal das eigentlich ist. Ich sehe gerade, es ist gar keiner. Ah, okay. Ja, mein Fehler. Das hat Darren in dem Skript so konfiguriert, dass man hier eine Todzone in der Mitte hat. Und erst wenn man fast am Anschlag ist, dann bewegt man aktuell den Kanal. Also sind wir da auf Kanal 6. Da gehen wir jetzt nochmal in die Modes. Und da wollen wir natürlich den Auto-Tune auf Kanal 6 nach rechts haben. Perfekt. Perfekt. Und den Auto-Trim. Der jetzt wieder. Ja, direkt oben drüber. Kanal 6 geht dann hier entsprechend nach links. Und dann haben wir auch unser Auto-Tune und Auto-Trim zur Verfügung. So, dann haben wir eigentlich jetzt wirklich alle Modi konfiguriert. Zum Schluss brauche ich jetzt nur noch das Arming zu setzen. Das kommt dann entsprechend, wenn ich jetzt gleich den Akku abgezogen habe, fast über die komplette Bandbreite. Das heißt, egal wo der Kanal 5 steht, außer bei 1000, soll der Flieger natürlich gearmt bleiben. Wenn ich das jetzt speichern würde, würde er natürlich scharf schalten. Deswegen mache ich das jetzt an der Stelle nicht. Sondern das mache ich dann erst, wenn ich dann wirklich bereit bin und den Akku wieder abhabe. Ja, dann gibt es noch ein paar kleine Tricks, die ich mache. Beziehungsweise ein paar Sachen, die ich vorkonfiguriere über das Command-Line-Interface. Das zeige ich euch jetzt auch schnell noch. Und danach sind wir dann auch schon bereit für den Maiden-Flug. Was ich grundsätzlich erstmal einstelle, ist die IMU Accelerometer Ignorate. Das verringert die Gefahr von der berühmten Horizon Drift. Und macht natürlich ein autonomer Flugmodi, gerade den Position Hold, deutlich stabiler und sicherer. Dazu gebe ich jetzt einfach mal ein Get IMU. Dann finde ich hier alles, wo IMU drin vorkommt. Und dann haben wir hier die IMU Accelerometer Ignorate Slope. Und die Ignorate Slope können wir erstmal auf 0 lassen. Das interessiert nicht weiter. Und wir setzen die Ignorate auf 10 Grad pro Sekunde. Eventuell, da der Caipirinha ja ein Long-Range-Cruiser ist, werde ich das eventuell auch noch ein kleines bisschen runtersetzen. Ich habe bei anderen Long-Range-Fliegern gute Erfahrungen mit einem Wert von 8 ungefähr gemacht. Je größer der Flieger ist und je träger der Flieger ist, umso niedriger kann man mit dem Wert gehen. Allerdings sehr, sehr vorsichtig sein, nicht zu niedrig gehen, weil ansonsten wird der Accelerometer gar nicht mehr angepasst. Und ihr bekommt natürlich eine starke Gyro-Drift dann irgendwann. Und der Horizon ist komplett verhunzt. Was wir auf jeden Fall noch brauchen für das finale Tuning, ist nachher ein entsprechendes OSD-Layout, was uns die notwendigen Daten anzeigt. Und ich habe mir da selber meine OSD-Layout schon konfiguriert, die ich auch auf sämtlichen Long-Range-Planes benutze, für alle vier Screens. Und das habe ich jetzt zum Beispiel hier in meinem Dart 250G. Da kopiert ihr einfach den kompletten Inhalt. Und dann kopiere ich das hier in die CAI-Zeile rein. Damit wird das ganze OSD jetzt auch auf dem Caipirinha 2 konfiguriert. Ich werde euch auch das OSD-Layout 3, das ist mein aktuelles Tuning-OSD, wo ich sämtliche Werte, die für das Tuning notwendig sind, drin habe, werde ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung reinpacken. Und dann könnt ihr das natürlich auch benutzen, weil dort wirklich alles drin ist, was nachher für das Tuning relevant ist. Wenn das OSD gespeichert ist, tippen wir kurz ein Save und drücken Enter. Und sobald wir neu gestartet haben, können wir noch in das OSD reinschauen. Und wie ihr seht, ist mein OSD jetzt hier komplett drin. Ich muss es nochmal ein kleines bisschen anpassen, weil ich muss nochmal schauen, ob die Kamera, die jetzt hier drin ist, im NTSC oder PAL-Modus läuft. In meinem Dart 250G habe ich eine NTSC-Kamera, von daher fehlen hier unten die zwei Zeilen. Bei einer PAL-Kamera kann ich das dann alles nochmal ein bisschen nach unten schieben. Und wenn ihr jetzt hier mal reinschaut in das Alternativ OSD 3, ich habe hier meine Pit-Werte, damit ich beobachten kann, was der Flight-Controller im Auto-Tune macht. Ich habe meine Verbrauchsanzeige in Watt, meine Verbrauchsanzeige in Ampere, meine Geschwindigkeit und meine Höhe, sowie den Pitch und den Roll-Winkel. Und das sind alles Werte und auch die Throttle-Werte, die ich nachher brauchen werde, wenn ich das Tuning entsprechend durchführe, vor allem auch für die Navigationsmodi. Wie gesagt, ich packe es euch in die Videobeschreibung rein. Könnt ihr dann gerne einfach Copy-Pasten und auch für euer Tuning am Ende benutzen. So, dann sind wir eigentlich soweit durch. Das war jetzt die komplette Einrichtung, um den Kai Pirinear 2 Flug fertig zu machen. Mit ein paar kleinen Extras, aber nicht zu viel. Alles andere wird dann später konfiguriert, wenn die ersten Flüge stattgefunden haben. Ich entsprechende Informationen habe, wie der Flieger sich aktuell verhält. Und dann können wir uns auch an das entsprechende Feintuning machen. Heute soll auf jeden Fall erstmal der Maiden stattfinden. Ich hoffe, dass dann da auch alles glatt geht dabei. Und bei dem Maiden-Flug werde ich dann auch entsprechend den Autotrim durchführen, die mechanischen Trimmen und danach auch noch ein Autotune. Das wird auch entsprechend dokumentiert und dazu wird dann auch noch ein weiteres Video folgen in den nächsten Tagen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, würde mich auf jeden Fall für einen Daumen hoch und ein Abo freuen. Und wir hören uns im nächsten Video. Bis dann!